Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück. Eine Runde Bekalling. Ja, ich fliege hier noch ein bisschen in die Gegend. Ja, wir spielen mit doppelter Blutungswunde bei Speeren. Spritzen, halten dreimal so lange und Instant Airdrop. Und als Airdrop haben wir den Bogen drückt. Ich dachte, da lag was. Aber das war nur von dem Blinken. Unten wird die Feinde, dann gehen wir hin. Wo sie sind? Das sind drei. Okay. Leider kein Gaskontainer. Das sind drei. Und die Bekannung ist. Und die Bekannung ist. Die Bekannung wurde von einem Knife heruntergeladen. Die Bekannung wurde von einem Knife heruntergeladen. Die Bekannung wurde von einem Speeren zu Ende. Wenn das Sinn macht. Speeren! You remove your enemy's soul. With a spear. And send him to hell. On a slow train. All aboard. I hope this makes you feel better. Just knowing that this health station made a difference fills my heart with blood. I made you feel better. Come back later and I will give you a back rub. Das war's für heute. Our opponent just threw a blade and killed another contestant. Hit your blood on the outside of your body. You just killed a contestant with a spear. That's right. Do I still take it? No. Don't kill me. Oh yeah. That poisoning from bullets can shave decades off your life. Just one night blade in your bloodstream or skull can sometimes result in horrific side effects. There you go. Feel better? Hmmmmmm. Okay, let's go with Oriano. If I can find another one. Ah, Mist. There's no stock. Someone is butchering other contestants! Hmm. Don't kill me. Thanks for calling. You're not supposed to be being personalized has been confirmed. And you're selected on it from your lighting momentarily. On ballistic and shut down in transit, Please wait while the lighting has been confirmed. Come on. Good one. So. So. Now we're a bit faster. I'm at the front spot. There is a silver bullet on it. I'm stuck here. There's no stock market. I know you're busy. But you might like to know, there are three crates available in the centre arena. Only one of the crates has an item in it. Get there first and take your time opening the crates. Wunde 3 mit doppeltem Schaden. Ja, wir gehen in die Mitte. Schauen wir noch mal die Kisten. Äh, nee. Schränke. Kommt das Ding da runter oder ist das die Free Crate? Es wird anscheinend umgefightet. Das stimmt. Tut mir ein bisschen leid. Was? Was nicht gesagt wurde, ist, dass ich nicht nur Eimer schaffen kann. Das hat wehgetan. Aber sowas von... Das war ja schon bösartig. Was kostet das noch 150? Da drüben wird gecraftet. Das war ja schon. Das war ja schon. Oh Do you have a pacemaker or other embedded bioelectronic device we should have asked that before we started treatment I hope you feel better There are two people here Yeah, exactly Oh You just shot an opponent with a gun That You just shot another contestant with a gun Victory Oh Sieben kids Epischer Sieben 356 Schaden Oh Was eine Traumrunde Runtergespielt wie ein ganz großer Als ob es keine Bugs geben würde Ja, meine lieben Freunde Das war wieder mal eine Runde The Gunning Schön, dass ihr mit dabei wart Wenn ihm so sein sollte Wenn es euch gefallen hat Sagen wir es mal so rum Gerne ein Däumchen da lassen Wie gesagt, ab und an schauen wir noch mal rein in die Alpha Würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid Wir sehen uns auf der Insel Ciao Voll abgestaubt Ciao Tim